Musik So, wir kommen zum eigentlichen Aufregerthema der Woche. Große Aufregung diese Woche, die Salafisten, von denen sich ja fast alle Muslime ganz klar distanzieren, verteilen den Koran kostenlos in deutschen Fußgängerzonen. Gut, immer noch besser als Wahlzettel von der FDP, sagen manche. Aber die Salafisten sind natürlich schon ein finsterer Verein. Da kann man sich durchaus aufregen. Es laufen hier ja hunderte von Menschen durch, aber keine Salafisten da, keine Koranverteilung. Da bin ich eigentlich enttäuscht drüber. Ja du, das ist doch scheiße, ne? Du freust dich den ganzen Tag auf eine abendliche Hasspredigt, ne? Und dann guckst du sauber in die Röhre, ne? Schön auf Kies gefurzt, Alter. Nun, gibt's ja viele, viele Diskussionen zu dieser ganzen Salafisten-Aktion und ich frage zu Recht? An sich ist ja auch nichts Verwerfliches dran. Da wird hier der Koran verteilt, dann die Bibel, dann steht der Zeuge Jehovas da mit seinem Wachturm und ein paar Schritte weiter verkauft jemand Gemüsehobel. Also nix gegen Gemüsehobel! Das ist doch wahnsinnig praktisch. Da kann man sich gleich ambulant beschneiden lassen. Das Problem ist natürlich nicht der Koran, um das nochmal ganz klar zu stellen. Das Problem ist die Absicht der Salafisten hinter ihrer Aktion Lies. Übrigens Salafisten, im englischsprachigen Raum dürfte das mit dem Titel kein so großer Schlager werden, aber... Das war... Ja. Aber... Gleich hin oder her. Was genau ist die Kernthese der Salafisten? Wer den Islam nicht annimmt, der kommt nur in die Hölle. Der wird für alle Ewigkeit in der Hölle schmoren. Ewig in der Hölle, ich schwöre bei Allah, der kommt für ewig in die Hölle. Wahnsinn, warum schickst du mich in die Hölle? Das bedeutet, meine Damen und Herren, wir hier im Studio kommen wahrscheinlich alle in die Hölle! Ja, immer wieder faszinierend, wozu man ein Studiopublikum bringen kann, meine Damen und Herren. Wir sind auch nicht besser als die Salafisten. Doch, im Grunde schon. Ja. Aber... Wenn die Jungs, die uns da solche freundlichen Warnungen schicken, Recht haben, muss man sich natürlich entscheiden. Entweder mit den berühmten jungen Frauen im Himmel oder mit den Nutten in der Hölle. Es ist schwer zu sagen, wo es lustiger wird. Ach hier, guck mal, der freundliche Mann hier, das ist übrigens der führende Kopf hinter der Koranverteilung, Prediger Abu Najji. Und der meint es nur gut. Ich weiß, dass Sie, wenn Sie den Islam nicht annehmen, das sagt Allah im Koran, ja, dass Sie ewig in der Hölle bestraft werden. Jetzt bin ich ein Hass-Prediger, hasse ich Sie? Ähm, ja, ich fürchte schon. Zumindest nach dieser Sendung. Denn, äh, Ihr Verein will doch letztlich das Grundgesetz abschaffen und Andersdenkende mundtot machen. Wobei, viele sagen ja, die deutschen Salafisten bestünden nur aus Ex-Boxern und Ex-Rappern. Aber, das ist natürlich Quatsch. Nein, da sind ja noch jede Menge Gebrauchtwagen, Händler dabei. Ja. Alle möglichen Berufsgruppen machen damit, auch Türsteher. Hey, hier ist Paradies, Alter, du kommst hier nicht rein. Aber, wie gefährlich sind Sie denn nun wirklich, die Salafisten? Fragen wir unseren Extremismus-Experten Albrecht Humboldt. Oliver, ich habe mich jetzt über Jahre mit den unterschiedlichsten extremistischen Gruppen beschäftigt. Also Scientologen, Katholiken, Mitarbeiter von RTL 2. Ja. Aber ich muss wirklich sagen, die Salafisten, die sind schon eine Klasse für sich. Ich finde das super, ganz ehrlich, dass Sie das hier so offen sagen, gerade jetzt in dieser Woche, wo ja rausgekommen ist, dass die Salafisten kritische deutsche Journalisten richtig bedroht haben. Ja, 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 absolut. Ich finde halt, ein Rechtsstaat, was haben die? Haben Sie nicht mehr? Die haben deutsche Journalisten bedroht, die Sie kritisiert haben. Hier, schauen Sie mal. Er stellte vor wenigen Tagen ein Drohvideo gegen zwei Zeitungsjournalisten ins Internet, die kritisch über die Salafisten berichteten. Wir besitzen eine Menge an Daten von dir. Zum Beispiel wissen wir, wo du wohnst. Das ist keine Drohung. Das ist eine Warnung im friedlichen Sinne. Also echt? Was die sich rausnehmen, Albrecht? Albrecht? Oh nö, was soll denn das? Kommen Sie doch wieder hoch. Ey, ich habe eine Kontaktlinse verloren. Ja, Sie tragen eine Brille. Das ist doch Kindergarten. Kommen Sie wieder hoch. Was soll denn das? Aber Sie haben mir doch vorhin noch in der Kantine gesagt, das fand ich super, dass die Salafisten die Freiheit unseres Grundgesetzes nur ausnutzen, um hier die Scharia einzuführen. Haben Sie doch gesagt. Hab ich nicht. Ehrlich, hab ich nicht. Ja Gott, jetzt sagen Sie das doch. Sagen Sie das doch. Sie haben doch hier, Sie haben doch sogar noch diesen einen tollen Witz gemacht. Wie ging das noch? Lustig ist das Salafistenleben, Scharia, Scharia, ho. Das machen Sie doch. Jetzt doch. Ich fand die Dupe. Wollen Sie eigentlich, dass ich sterbe? Nein, ich finde nur, man darf nicht einknicken vor denen. Das ist genau das, was die wollen. Die wollen diesen Staat weg haben. Hier, ein dänischer Salafist. Wir haben keine formelle Macht. Deswegen können wir unser Strafsystem noch nicht durchsetzen. Etwa die Steinigung oder das Abhacken der Hand. Das können wir nicht einführen, weil die Scharia in Dänemark nicht gilt. Leider. Wenn wir jedoch die Menschen von der Scharia zukünftig überzeugen, dann können wir soweit gehen. Ja, haben Sie gehört, was DJ Ötzi da sagt? Ja, die wollen uns überzeugen. Guten Tag, finden Sie das okay, wenn wir Ihnen für Ladendienststahl mal ganz unverbindlich die Hand abhacken? Ich meine, Scharia, die wollen die Scharia. Da müsste es doch ein Leichtes sein, die Brüder zu verbieten. Ja, von wegen. Nein, die werden ja vom Verfassungsschutz beobachtet. Ja und, das ist doch gut. Mann, Oliver, vom Verfassungsschutz. Das heißt, die Hälfte von denen ist am Ende sowieso wieder nur bezahlte V-Männer. Ja, richtig, das habe ich vergessen. Wie ging nochmal dieses lustige Steinigungslied von DJ Ötzi, was Sie mir vorhin vorgesogen haben. Das Steinigungslied. Ja, hier, ein Stein, der deinen Namen trägt. Nein, 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 nein. Das Lied hat er sich ausgedacht. Das stimmt gar nicht. Ich schwöre. Oh, das stimmt nicht. Warte, 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 warte. Albrecht Humboldt, die feige Sau. Schlimm. Applaus